Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, das ist die King of Bling von Funke, also die Albert Linie, mega krasses Teil, ihr werdet es gleich sehen, rasend schnelles Tempo, ab geht's. King of Bling der Albert Linie von Funke, ihr habt es hier gerade gesehen, ist also wirklich nicht nur durchaus zu empfehlen, sondern das ist ein richtiger Preiskracher das Teil, für die Leistung für 16,65 Euro bekommt man hier echt einiges geboten. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018